Hier zu Wiesler. Schön, dass wir wieder da sein dürfen. Wir freuen uns schon seit fast zwei Jahren. Nun, wir haben wieder schönes Wetter mitgebracht aus unseren heimischen Bergdörfern. Und wir hoffen, es wird wieder hier sehr schön. Wir haben genauso viel Spaß, wie wir Spaß haben werden. Und ich hoffe, ihr verzeiht mir, wenn meine Stimme ab und zu ausfällt. Ich habe seit vier Wochen Ärger mit einer Hustenkrankheit. Keine Ahnung, wo die hergekommen ist. Nun, wir haben für euch mitgebracht ein Lied, das handeln möge. Von einer Gegend, wo viel Gras ist und man viele Höhe sehen kann. Wenn man in den Wald geht und genau schaut, findet man kleine Zwerge. So groß ungefähr. So große kleine Menschen, oft mit einem grünen Zylinder. Und die wissen ganz genau, wo am Ende des Regenbogens der Schatz versteckt ist. Hörte das Lied vom Kobold! Father, ein erstes Lied vom Kobold! Ich habe die Art Kürz, aber auch wunderschön! Musik 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 Musik